Du kannst nicht entscheiden, zieh das Ding runter, der muss über die Hüfte bleiben. Der rutscht ja auch so ein bisschen, ne? Den zieht auf deiner Hüfte, der hinten oben. So, alle solche Kleinigkeiten musst ihr erkennen, mit einem Gerät klar zu kommen. Ja, das ist ja alles so Kleinigkeiten, das muss jeder merken. Über die Hüfte, direkt vor, spreck vor, okay, und den Zug nach der Beine, bis zur Mosulatur. Jetzt kommt die Einarm-Konstellatoral, linker Bein, rechter Arm. Wieder aufrechst das mal, und dann streck noch mal. Das ist in der Reihe, streck oben, flex schon, das ist immer noch flex schon. All right, let's go, streck. Stell mal vor, du willst hier irgendwas erreichen, du musst hier hinstrecken. Und das ist niemals gerade, das ist immer schräg.